Uns fehlte, scheint es, was wir nicht wussten, ein weißer Zettel mit einem Einrausestempel, einem Datustempel und wir gingen davon aus, wir haben irgendwie nichts falsch gemacht, aber man kann es ja vielleicht jetzt noch, wir waren im Flughafen ja in Antalya, das einfach noch nachträglich irgendwie bekommen. Dann ging es zur erkennungsdienstlichen Behandlung und von dort aus brachte man uns dann in diesen Abschiebeknast. Die nachfolgenden erkennungsdienstlichen Maßnahmen in Form von Abnahme der Fingerabdrücken, Erstellung von Lichtbildern und die Verbindung in ein Gefängnis, scheint wohl hier doch unverhältnismäßig zu sein. Eigentlich würden wir gerne, dass sich die türkische Seite entschuldigt. Ja, das stimmt. Das ist weniger gespannend jetzt hier, der Knast in Antalya. Das ist noch hier. Das sieht aus wie James Dean, siehst du das? Bisschen, ja. Giorgio Armani. Das hast du gar nicht geblendet, also ist das auch... Nee, das stimmt. Das war als wir da bei diesem alten Systeme... Achso, genau. Aber das war auch sehr lecker da. Was haben wir da nochmal gegessen? Da nehmen wir nochmal vor. Okay. So, bei dem Sohn, ne? Ja, genau. Das ist richtig, ja. Ja, naja. Das ist ja ein Prazika. Genau, das ist... Da hingen die Kinder auch immer noch dran hinten, ne? Da habe ich mich da witzigen lassen. Also, als wir von Köln nach Istanbul geflogen sind, hatten wir einen Platz weit hinten im Flugzeug. Dadurch waren wir ja schon beim Ausstieg, bei den letzten, die Ausstiegen. Meine Frau sagte, ich muss mal kurz auf Toilette und das hat dann so drei, vier Minuten gedauert. Dadurch haben wir auch den Anschluss an die gesamte Gruppe verloren, waren dann alleine und sind dann eigentlich immer weiter gerade ausgegangen, ohne erkennbar irgendwo eingeschleust zu werden, so wie ich es von vielen Flughäfen kenne, dass man gar nicht anders kann, als an einer Passkontrolle vorbei zu müssen. Aber es hat uns niemand aufgehalten. Wir haben auch, wir haben sie jetzt auch nicht gesucht. Irgendwie wahrscheinlich in der unbewussten Erwartung, die wird ja jetzt gleich kommen. Zum Grundschluss waren wir am Gepäckband. Unser Koffer kam und wir haben den Flughafen verlassen und sind mit dem Bus nach Istanbul gefahren. Der Urlaub war wunderschön in Istanbul. Istanbul ist einfach eine ganz, ganz tolle Stadt und da möchte ich auch gerne wieder hin und jetzt darf ich nicht mehr. Wir hatten ja, wie gesagt, diesen weißen Zettel nicht, haben uns bei der Polizei gemeldet und angenommen, dass man das nachträglich ausstellen kann, nachweislich unsere Flugtickets. Ich hatte die auch dabei ausgedruckt, den Flugplan, aber auch ein Anruf bei Pegasus genügt und über die Passagierliste festzustellen, dass wir am 17. September in Istanbul angekommen sind. Also zu Beginn war der Chef der Flughafenpolizei oder vermeintliche Chef, war ganz freundlich. Glauben Sie was trinken? Das Problem lässt sich bestimmt lösen. Es könnte ja auch schon mal ein Fehler im System sein. Es war übrigens der einzige Polizist, der einigermaßen Englisch sprach. Gott sei Dank, die anderen sprechen kein Englisch. Also es war zunächst entspannt. Dann kamen wir am nächsten Tag pünktlich um 12 Uhr zurück zur Flughafenpolizei und dachten, das wäre jetzt, läge jetzt vor, dieser weiße Zettel oder irgendein Dokument. Und es hieß wieder warten. Eine Stunde, zwei Stunden. Ich wurde langsam umgehalten, weil wir wollten eigentlich weiter in den Süden mit dem Mietwagen. Und dann etwa um 3 Uhr hieß es, man warte auf einen Fax aus Ankara. Etwa um 4 Uhr war das dann da. Dann ging man wieder zur Beratung, wieder. Wir wussten eigentlich nie genau, was machen die so lange. Und nach um 17 Uhr etwa hieß es dann, that's the law, das ist das Gesetz. Und wir sollten in einen anderen Raum gehen. Und plötzlich war keiner mehr freundlich. Denn eigentlich, glaube ich, war in dem Moment klar, jetzt galten wir als überführt. Aber uns als Kriminelle hinzustellen, uns in den Knast zu stecken, das ist schon ein starkes Stück. Und naja, wir sind, wie gesagt, deswegen auch tätig geworden, haben uns auch hier in Deutschland eben an das Konsulat gewendet, an das türkische Generalkonsulat hier in Köln, von dem wir bis heute seit über vier Wochen keine Antwort mehr bekommen haben. Man sagt einfach, man würde recherchieren und sich dann irgendwann melden. Man würde versuchen, Informationen zu bekommen. Also die Formulierung ist schon witzig. Dann ging es zur erkennungsdienstlichen Behandlung. Fingerabdrücke, sämtlicher Finger, es wurden Fotos gemacht, zu einer Nummer vorne halten, von vorne, von der Seite, von links, von rechts. Also so, wie ich es aus schlechten Filmen kenne. Von dort aus brachte man uns dann in diesen Abschiebeknast der Ausländerpolizei. Ja, und nackte Matratze, nacktes Kopfkissen, kein Toilettenpapier, spartanisch, einfach alles, ja, also kein Vergnügen. Meine Gedanken waren auch bei meiner Frau, die nämlich genau am 25. September in dieser Nacht, eigentlich hätten wir in dieser Nacht in ihren Geburtstag gefeiert. Und wusste nun, sie sitzt oder liegt jetzt zwei Etagen unter mir und hat bestimmt, ja, genauso denken wie ich, was geht hier ab, was passiert hier mit uns. Meine, ich konnte mir nicht vorstellen, die Mietinsassen haben mich angesehen, wie der Germania, der kommt aus dem Paradies, wie ist das denn möglich? Die wussten gar nicht, konnten das überhaupt nicht einschätzen, also einordnen, dass jemand aus dem Land ihrer Träume sozusagen mit ihnen zusammen da in der Zelle sitzt. Eigentlich würden wir gerne, dass sich die türkische Seite grundsätzlich entschuldigt, dass sie uns entschädigt, wenigstens, wir haben ja die Flugkosten und einige andere Kosten, alle zusätzlich gehabt, man hat uns um zehn Tage Urlaub gebracht. Wir würden auch gerne wieder in die Türkei zurückreisen, wir finden das ein spannendes Land. Wir haben keine Kontrolle gesehen, einfach, wir sind immer nur geguckt, immer wo ist das Schild, aha, da geht es weiter und landeten dann beim Gepäckwand und sind dann einfach mit unserem Gepäck in die Stadt gefahren und haben dort wunderschöne sechs Tage verbracht. Es war also für uns wirklich ein herrlicher Aufenthalt dort in Istanbul, weil es waren nette Menschen, tolles Angebot, eigentlich auch an kulturellen und auch lukrativen Angeboten, die man dort nutzen konnte. Also es ist eine ganz lebendige Stadt, da waren wir richtig begeistert so. Ja, uns fehlte, scheint es, was wir nicht wussten, ein weißer Zettel mit einem Einrausstempel, einem Datustempel und wir gingen davon aus, eigentlich, na gut, wir haben irgendwie nichts falsch gemacht, aber man kann es ja vielleicht jetzt noch, wir waren im Flughafen ja in Antalya, das einfach noch nachträglich irgendwie bekommen. Dann landeten wir bei der Flughafenpolizei und auch dort wurde uns eigentlich signalisiert, das ist überhaupt kein Problem, sie sind unsere Gäste immer wieder, haben uns auch was zu trinken gegeben. Also es war erstmal ein netter Empfang und wir waren auch sicher, dass wir da in einer Stunde wieder raus sind. Und dann ging es ganz schnell eigentlich, die Polizistin, die vorher sehr freundlich und freundschaftlich auch so mit uns umging, die stand ein paar Meter entfernt, guckte uns nicht mehr an und sagte nur, K, mit dieser Bewegung und da war mir klar, da läuft jetzt was ganz anders und wurde runtergeführt und ab da waren wir eigentlich festgehalten. Also da war uns klar, dass jetzt passiert etwas, was wir nie gedacht haben. Na klar, wir haben alles gezeigt, wir hatten alles dokumentiert ja auch, wir hatten ja einen Ausdruck, so haben wir gesagt, es wäre doch ein leichtes, da gegenüber bei der Airline anzurufen und sich das bestätigen zu lassen, dass wir damit geflogen sind. Wie sollen wir denn sonst ankommen? Wir sind gelandet und ohne Kontrolle reingekommen, das heißt im Grunde genommen, wie sollen wir denn sonst eigentlich da hingekommen sein? Wir hatten Papiere, es war nichts Illegales, was uns dann später so vorgeworfen wurde. Naja, ich denke, es wurde jetzt von Ankara ganz klar gesagt, wir sind als Illegale zu bewerten, das heißt, wir sollen ausgewiesen werden und das war dann letzten Endes die offizielle Entscheidung. Und der ganze Kontext, den ich ja eben erzählte, so wie wir da hingekommen sind, dass uns keiner da kontrolliert hat, der wurde ja wahrscheinlich gar nicht weitergegeben, sondern es wurde nur weitergegeben, wir hätten den weißen Zettel nicht. Und dann sind wir ja eigentlich relativt.